So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Cave Story. Wir haben jetzt diese super coole Fähigkeit, dass wir unter Wasser bleiben können, auf ewig. Da ist uns Curly abhanden gekommen. Wir sollten sie erstmal suchen gehen. Ich möchte sie echt nicht verlieren. Ohne Witz, die mag ich voll. Wir müssen mal suchen gehen. Das ist jetzt wieder Mimiga Village, okay. Mal gucken, wo die anderen sind. Niemand mehr da. Erstmal auffallen und speichern, so. Professor? Wooster Version 2? Wooster Version 2? Was haben Sie jetzt bekommen? Äh, ja. Ja. Ah, wie geil! Das ist ja mal cool. So eine Art Doppelsprung kann man schon fast sagen. Das finde ich cool. Yeah, das ist cool. Hä? Head for the Egg Carridor. Zum Egg Carridor? Ach, da könnte ich jetzt auch rennen. Ich soll zum Egg Carridor. Okay. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Junge? There was a huge explosion when I came to oil. All looks like this. What on earth happened. Das würde ich auch gern wissen, Alter. Die ganzen Eier zerstört. Oh, achso. Okay. Mit dem Booster muss ich aufpassen. Den gehen auch mal alle. Okay. Oh. Oh mein Gott. Mal gucken, was haben wir denn hier? Oh, hier ist alles zerstört. Shit. Hey. Hahaha. Äh, nee. King. Komm her. Say. Okay, aber der Booster, der hält nicht hier. Man muss ihn auch aufladen. Mal gucken, was mit dem da ist. Ach, du Scheiße. Ähm. Hopp. Jikes. Mal gucken. Ah, okay. Das mussten wir machen, sonst wäre ich nicht durchgekommen. Oh mein Gott. Es sind ja hier überall diese Drachen. Ja, ich hätte ihn zu Tode gebabbelt. Hä? Fünf? Oh mein Gott. Selbstmordopfer. Au. 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 Hier hingespielt, weil, ja. Äh, das müsst ihr ja nicht alles nochmal sehen. Ihr habt es einmal gesehen und ich finde, wie ich mich hier durch die Gegner massenmetzel, das müsst ihr nicht unbedingt immer zweimal haben. So. Okay. Okay. Okay, Deckung. Okay, die Kieger sind so schnell gar nicht down. Da brauche ich schon eine bessere Position für. Und ich gewöhne mich langsam an den Booster. Der macht voll Spaß. Aua. Puff. Ey, nerv nicht. Fido. Da komme ich nicht. Autsch. Okay. Das brauche ich wieder. Dankeschön. Hm. Wieso traue ich dem Ganzen so mal überhaupt? Moment mal, das ist der Raum hier. Oh, ey, jetzt kriege ich die ganzen... Was zum... You feel like a child. Hä? Oh, nein. Okay. Ihr mögt es also zu fliegen, ne? Wann habe ich hier was, was euch bestimmt schmeckt? Na, schmeckt euch das? Schmeckt euch doch, wa? Ich wusste euch, es schmeckt euch. Okay. Hier sind aber leicht. Guck mal die Schnauze. Benutzen wir mal ein paar Missiles. Ich glaube, das ist effektiver. Okay. Ihr wollt ja so stressen. Ihr wollt ja so Dauer feuern. Okay? Hä? 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 Wollt ihr das? Ich glaube kaum, dass ihr euch mit mir stressen wollt. Quam! Beat the Sisters! Okay. Oh, Savepoint. Ja. Ähm... Da ist noch ein Weg. Ja. Genau. Ach so, weil hier jetzt zu ist. Okay. Hoppala. Was? Bin tot? Hä? Wie viel hab ich noch? Okay, ich hab 10. Okay, verständlich. Seh ich ein. Wird eingesehen. Eingemerkt und zu Protokoll geführt. Hoppala. Yay! Yay! Was wollt's tun? Okay. Ist da unten nicht noch was? Mal gucken. Gucken wir nach. Was wäre so ein wenig Gartel? Ah. Okay. Erstmal durch den Speicherraum ist besser. Yep. Yay. Ich guck mal. Vielleicht ist ja hier wieder mal, ähm... So ein abartiges Secret. Aber sieht nicht so aus. Okay. Okay. Gucken wir mal, was hier drin ist. Das Ei! Ist ausgebrochen! Ist kaputt! What's that up to screen? Hatch successful, also ausbrüht und erfolgreich. Who's there? Ach. Oh, it's you. Glad to see you, alright. I'm the only one here. After you fell for the sand zone, the rest of us hurried to secure a mean of escape. That's when Misery showed up. Sue got taken off with her. And I haven't seen the professor. I gather a doctor able to obtain the seats. Oh, no, no. I'm not blaming you. The doctor's victory has assured from the moment. He got his hand on the crown now. Really? Really now? Was lese ich hier? It's only a matter of time before his army of wild Mimigas is complete. After that, I fear not even you could stop him. Vielen Dank, dass du mich glaubst. You've no choice but to flee. I figured we might able to escape if only we had a Sky Dragon. That's why I came here. And now my dragon has hatched. Why don't I get cold? Would you like to escape with me? Nein. I see. You know, there's one other way one might return Mimigas to. It's a natural state. You could destroy the island's core. If you did that, however, the island would most likely crumble. A dangerous choice, no? Well, either way, we don't even know where the core is. If you'd like to give it a try, I can wait. But remember, if the situation grows dire, I may have to live without you. Krasse Tür. I schneid einmal. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.